Ehrlich. Ich erlauben die sich hier... Oh. Das Mini-Gar musst du mir merken. Obwohl... Nee, die hol ich mir so. Ha! Ich bin Rico fucking Rodriguez. Morfogger. 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 Ich töte meine Leute als auch die von denen. Oh shit. Und meine Gegner? Wo sind sie? Wo seid ihr? Ich bin... Rico Rodriguez. Okay, das war ein bisschen verpackt. Habe ich alle meine... Habe alle meine Leute getötet. Wir haben es geschafft. Klar, oder? Ich meine, ich war es und du hast mir geholfen. Wir sind ein gutes Team, oder? Frigo und etc. Wir beide wären das perfekte Film-Duo. Wow! Ich sehe ja bombastisch aus. Ah, da bist du ja. Dima. Dima Ali Umar Al-Mazri. Hm. Radius nicht gebrochen. Skafoid intakt. Ah, das Hackenmodell ist veraltet. Hm, antik. Zeit für ein Upgrade. Komm vorbei, wenn du passt. Äh, wenn's dir passt. Man wird sich ja wohl nochmal versprechen dürfen. Äh, Dima. Dima, ich freue mich auch dich zu sehen. Oh, hallo. Hallo. Erste Mission. Completed. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Ob ich wohl noch ein neues bekomme? Also nicht Greifarm, das weiß ich ja schon. Ich kann mich aber wohl denken, wenn sie was sagt. Wo ist der Haken? Was? Conduit? Oha, hab ich die Leute spielen? Das ist meiner Freundesliste. Egal. Die Frage von mir ist eigentlich... Oh, oh, oh. Ich hab das Neues gelernt. Ah, sorry. Oh Gott. Ne, doch nicht. Okay. Meine eigentliche Frage ist... Ob es da einen vierten Teil gibt? Ich muss erst mit der Story durchkommen. So. Okay. Waffen. Waffen. Waffen hört sich gut an. Da zeigst du mich gut. Oh, das nehm ich. Und da sind's. Oh, das ne geil. Und das? Nee, nee, nicht den. Nee, nee, nee. Ich werd eigentlich Granaten aufheben. Nice, eigentlich. Zeit für Mission. Auf zum Ändern. Zieh dich mit deinen Marken auf das Dach eines Panzers. Okay. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit. Ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm. Ist ein verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Gut. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Thema. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldansatz geschaffen. Aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium. Kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren. Oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh, Rico. Das Bavarium ist in den falschen Händen. Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Dima. Was ist mit dir? Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung beginnt mit Taten, Dima. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir treffen uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. ... ... ... Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, ... ... ... ... ... ... ... Ja, bisher. Ja, also vielleicht ist der wieder vorwissen müssen. Ah, Faltschirm muss ich noch öffnen. Wo soll ich hin? Da hin? Wow. Oh, Skiller. Okay, mal sehen. Ich meine eigentlich da hinten. Wumm. Das war gefickt. Lol. Lol, lol, lol. Hier, warte. Was? Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. 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 ok ok genau auf mich ausgerechnet auf mich immer treffen wo ist denn die ok ich habe nichts getan wo ist sie immer ist dort ich glaube hinter mir naja das nicht unbedingt ok neuer back oder so gott ich muss erstmal in die steuerung reinkommen ja so eine schlampige arbeit die feier wohl ist durchlässig wie ein sieb ist dieses netzwerk von offen entwickelt worden oder was unpraktisch du hättest mich auch rufen können ein angriff steht bevor regierungstruppen nähern sich es ist ein vergeltungsschlag für letzte nacht die rebellen sind in gefahr die regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen das das ist tragisch und aufregend nicht aufregend jedenfalls nicht der angriff falsch ausgedrückt eine aufregende chance meine neue erfindung zu testen ist der vermeidung von katastrophen streckt deine arme aus nein so was zum teufel soll das werden das bringt's gut und so glaube ich ja praktisch zum gleiten am besten startet man direkt am abhaken genau man startet am abhaken so schaut's aus oh das sieht hässlich aus also nicht dass sie hässlich aussieht sondern dass sie mies aus wie viele minuten haben wir da noch da stellt der gute arian keine zeit ein ich werde so schön bunt ich glaube ich beende mal den part ich zeige euch noch den wingsuit dann dreieck also ok ok perfekt 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 dann fangen wir mal mit der Brücke an was soll ich da rein tun ich spreng jetzt ich sprengen das ich bin auch blöd was oh mein Gott bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt Aussichtspunkt damit werde ich die Folge die Wulder am Ben mit dem Aussichtspunkt oh Gott ich lasse es ich lasse es der Konvoi kann kommen okay halten okay ich will mich mal muss ich die Lavellos Armee wird sich fragen was passiert ist R1 Bitches geschafft du solltest jetzt eine coole Bemerkung machen oder warte mehrere und damit und damit beende ich den Part und tschüss hoher du solltest warte wurde sie